Heute geht es wieder um die Entwicklerkonsole in Chrome. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es wieder mal um die Entwicklerkonsole in Chrome und wir werden uns damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Das heißt, wir werden überlegen, wie wir mit HTML und CSS da drin ein bisschen arbeiten können und warum das alles für Frontend-Entwickler so unfassbar wichtig ist. Falls ihr Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben ist der Link zu Discord. Da könnt ihr mit Freunden reden bzw. mit Gleichgesinnten, Hallo sagen, Fragen stellen, andere Fragen beantworten und ansonsten, ja, verlieren wir jetzt keine Zeit und legen direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit dem heutigen YouTube-Tutorial. Wie ihr seht, haben wir hier einen kleinen Button. Dieser kann nicht sonderlich viel und beschäftigt sich eigentlich mit gar nichts. Das heißt, das, was wir heute machen werden, müssen wir mit F12 öffnen. Und zwar öffnen wir damit die Google Developer Tools bzw. hier den Element Tabs, mit denen wir uns heute beschäftigen. Aber was genau ist der Element Tab und wozu ist der wichtig? Vor allem für jeden Frontend-Entwickler oder jeden, der irgendwas mit HTML und CSS macht, ist dieser Tab, glaube ich, der entscheidendste Tab ever, weil man damit alles sehen kann, was genau der Browser macht, was er mit euren CSS-Dateien, SAS-Dateien lässt und was auch immer ihr nutzt und natürlich mit euren HTML-Dateien so alles anstellt. Prinzipiell habe ich ja, wie gesagt, hier einen kleinen Button und hier unten haben wir unseren HTML-Bereich. Das heißt, hier sehen wir die gesamte Seite, die in HTML dargestellt wird. Das Ganze denkt jetzt der eine oder andere sich wahrscheinlich, hey, wozu brauche ich da die Dev-Tools? Ich kann ja auch hier reinklicken und sagen, ich habe hier Quelltext anzeigen und sehe hier meinen Quelltext. Und das ist natürlich korrekt. Ihr seht hier den Quelltext und in diesem expliziten Fall ist der Text, der hier drin steht, auch exakt das, was hier drin steht. Allerdings gibt es einen entscheidenden und wirklich, wirklich entscheidenden Unterschied. Hier sehe ich beispielsweise meinen Button. Dieser hat einige Eigenschaften, unter anderem hat er hier die Klasse Button. Grundsätzlich reicht das. Wir sehen auch hier nur die Klasse Button. Der entscheidende Unterschied zwischen diesem Bereich hier und eurem normalen Quelltext ist, wenn ihr auf den Button draufdrückt und eine Funktion im Hintergrund liegt, die wie hier eine Klasse namens Test hinzufügt. Was heißt, ihr seht hier unten Live-Updates des HTML-Codes durch JavaScript. Was heißt, wenn ihr beispielsweise etwas nutzt wie Angular, React und Co., dann würdet ihr hier den gesamten Quelltext sehen, der durch JavaScript erstellt wurde, gerendert wurde. Hier drin allerdings nicht. Bei Angular sieht dieser Tab relativ leer aus. Es gibt natürlich Ausnahmen wie SSR, also Server-Side Rendering. In Angular beispielsweise, dann würde es auf dem Server generiert werden und ihr würdet hier den kompletten Quelltext angezeigt bekommen. Allerdings ist das die Ausnahme und hier unten seht ihr halt wirklich den Computed JavaScript. Was heißt, das, was HTML ist, wenn JavaScript drüber gelaufen ist. Oder wie ihr hier seht, wenn ich hier drauf rumklicke, seht ihr hier unten halt direkt die Änderung in eurem Quelltext. Was vor allem sehr, sehr, sehr praktisch ist, wenn ihr irgendwie so etwas bindet wie Bewegungen, Animationen oder sowas, dann seht ihr hier exakt, welche Klassen auf welchen HTML-Elementen laufen und so weiter. Was heißt, das ist ziemlich cool und ziemlich mächtig. Ansonsten könnt ihr hier aber auch komplett HTML schreiben. Was heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise unseren Button, drücken STRG-C, drücken STRG-V und können dann praktisch unseren Button in unseren Button kopieren, wie jetzt, was ich gerade gemacht habe. Oder mit Env einfach das ganze Ding rauslöschen. Gleichzeitig können wir auch hier reingehen und beispielsweise Texte verändern. Wir können hier irgendwas reinschreiben und das wird hier generiert. Diese Änderungen sind natürlich nicht von Dauer und setzen sich quasi einfach nur so wie so ein kleiner Sneak dazwischen. Und ihr könnt so beispielsweise testen, ob bestimmt lange Wörter in eurem Layout funktionieren, beispielsweise, oder ihr könnt sehen oder Anpassungen vornehmen, was beispielsweise Klassen angeht. Wenn eine Klasse nicht korrekt gesetzt wird oder eine Animationsklasse nicht richtig funktioniert, könnt ihr die hier schon mal testen und debuggen einfach. Was heißt, ihr könnt hier drin ganz normal HTML schreiben und einfach ein bisschen ausprobieren, warum beispielsweise bestimmte Funktionen oder bestimmte Objekte einfach nicht korrekt dargestellt werden und so weiter. Dieser Bereich ist, wie gesagt, ganz praktisch. Allerdings der viel entscheidender Bereich ist dieser hier. Und zwar seht ihr hier schon eine ganze Reihe von CSS. Ihr seht hier oben eine Hierarchie. Was heißt, in der Reihenfolge, wie das hier drin steht, wird im Prinzip CSS gerendert. Was heißt, standardmäßig hat zum Beispiel der Browser, also jeder Browser hat User Agents Style Sheet, was heißt, das kommt vom Browser, nicht von euch, hat zum Beispiel hier ein Button. Ein Button hat ja ein Standardlayout und der sieht hier so wie folgt aus. Was heißt, der hat standardmäßig Box Sizing, der hat standardmäßig ein Padding, der hat standardmäßig eine Border, der hat einen Hintergrund und so weiter. Das heißt, der hat ganz viele Standardattribute, die wir mit CSS überschrieben oder überschreiben, nicht überschrieben. Zum Beispiel können wir hier sagen, okay, wir haben die Klasse Button. Die Klasse wird hier in main.sas gestaltet. Warum das hier main.sas heißt, könnt ihr in einem Video ohne eine Videobeschreibung verlinkt, nämlich mein Entwicklerlayout, also meine IDE im Prinzip. Habe ich das erklärt, das funktioniert mit sogenannten Source Maps. Dann könnt ihr hier nämlich genau sehen, woher euer CSS Code kommt. Und wir sehen hier Padding, wir sehen hier Border Radius, wir sehen hier Border und so weiter. Und ihr könnt hier reingehen und zum Beispiel sagen, hey, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Padding haben. Und können hier einfach sagen, drei. Das Ganze ist natürlich auch nicht komplett geändert. Ihr müsst das jetzt noch in eurer Datei ändern, um es wirklich permanent zu machen. Aber ihr könnt hier zum Beispiel gucken, wie es aussieht, wenn ihr das on the fly mal kurz ändert. Oder ihr könnt ausprobieren, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert und mal ausprobieren, wie es dann richtig funktioniert. Gleichzeitig, wie gesagt, ist das hier hierarch aufgebaut. Das heißt, wir haben hier Font Size zwei RAM. Wir haben hier aber einen Media Query. Der kommt ebenfalls aus main.sas und der ist Font Size 1.5 RAM. Und da dieser Media Query, in Klammern, von der Gewichtung her über unserer Klasse liegt, wird diese Font Size oder dieses Font Size Attribute nicht dargestellt. Wenn ich jetzt hier sagen würde, beispielsweise Padding 2 RAM, würde auch hier unser Padding gestrichen werden, weil dieses Padding hier oben überliegt. Und wenn ihr beispielsweise sowas habt, wie ihr habt eine Klasse definiert, eine andere Klasse definiert und wundert euch, warum es nicht aussieht oder warum euer CSS Code nicht richtig dargestellt wird, dann liegt es in 99% der Fälle daran, dass die Gewichtung oder einfach die Hierarchie nicht stimmt und ihr irgendetwas habt, was eure Klasse überschreibt. Und das seht ihr hier sehr schnell und sehr einfach. Das heißt, umso weiter oben hier etwas steht, umso weiter wird es im Prinzip angepasst. Grundsätzlich habt ihr hier auch ein weiteres Feld, nämlich hier Element Style. Und Element Style ist etwas, wenn ich hier zum Beispiel Padding für ein Fram reinschreibe, dann seht ihr hier schon, dann ist das nämlich Style gleich und dann Padding für ein Fram. Und das ist die höchste Hierarchie-Ebene, die ihr haben könnt. Das heißt, wenn ihr auf ein HTML-Objekt einfach mit dem Style-Attribut arbeitet, in dem Moment überschreibt ihr alles, was ins CSS steht. Also das hier oben ist quasi Gesetz und alle anderen richten sich danach. Ihr seht auch hier, dass Media Query überschrieben wird und so weiter. Das heißt, ihr könnt hier oben beispielsweise einfach Sachen ausprobieren oder hier halt einfach mit diesem kleinen Häkchen toggeln. Und halt auch bestehende Sachen, wie jetzt hier die Farbe zum Beispiel, können wir auch sagen, wir wollen das jetzt Red und verändern. Ich aktualisiere das mal kurz, damit wir wieder einen sauberen Code haben, weil jedes Mal, wenn ihr das aktualisiert, wird das hier im Prinzip zurückgesetzt. Ansonsten, wie gesagt, hier unten seht ihr den Body, was zum Beispiel vom Body kommt, zum Beispiel die Schriftfamilie und so weiter. Und ein anderer wichtiger Bereich ist dieser hier unten. Und zwar habe ich hier mein Objekt. Wenn ich jetzt hier draufgehe, sehen wir, okay, mein inneres Objekt ist einfach hier nur der Text. Und ich sehe hier genau die Größen, wie groß es gerade dargestellt wird. Das nächste Ausdruck zu ist mein Padding. Das heißt, ich sehe hier zehn Padding in jede Richtung. Dann habe ich meine Border. Habe ich gerade keine, deswegen ist hier ein Strich. Und ich habe hier auch keinen Margin. Was heißt, ich kann hier ganz genau sehen, warum beispielsweise irgendwelche Abstände nicht korrekt stimmen. Und das Ganze ist ziemlich cool. Und vor allem sehe ich, wie ihr oben in der Preview hier seht, wenn ich hier rübergehe, sehe ich ganz genau, wo ich gerade bin. Dasselbe gilt auch, wenn ich hier drüber gehe und zum Beispiel hier reinklicke. Dann sehe ich auch, okay, ich habe jetzt den Button ausgewählt. Und ihr könnt auch hiermit, wenn ihr das anklickt, select an Element. Und dann kann ich hier oben einfach über die Elemente drüber gehen. Und der wählt mir die hier drin aus. Das heißt, wenn ihr beispielsweise Angular habt oder sowas mit ganz vielen Ebenen und Komponenten, die ineinander geladen werden oder so, dann wird dieser Baum hier sehr komplex. Und dann macht es viel mehr Sinn, einfach hier mitzuarbeiten und das einfach auszuwählen. Prinzipiell ist das hier in Klammern der Style-Tab. Ihr könnt natürlich hier auch sowas wie Hover-States hinzufügen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen Hover und können jetzt sagen sowas wie Color Red. Und können hier einfach den Hover-Tab hinzu blenden. Das heißt Element Hover-State. Dieses Element ist jetzt quasi auf seinem Hover-State. Und wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wir wollen jetzt hier unten und Doppelpunkt Hover. Und wir sagen hier Color Red. Zack, speichern das Ganze einmal ab. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, sehen wir, es wird Red. Aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise mein Hover-State debuggen möchte, kann ich ja schlecht hier raufgehen, um dann hier unten hinzugehen. Weil in dem Moment, wenn ich das verlasse, ist das hier unten wieder weg. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, seht ihr, es ist permanent im Hover-State. Ich kann das hier oben debuggen und zum Beispiel sagen, Background möchte ich jetzt auch gerne noch, keine Ahnung, weiß machen. So, und jetzt kann ich das hier unten debuggen. Und dasselbe gilt natürlich auch für alles andere, wie beispielsweise Focus, Active und so weiter. Das heißt, das hier ist auch sehr, sehr praktisch. Und vor allem das Hover nutze ich quasi bei jedem einzelnen Projekt. Das ist wirklich cool. Ansonsten haben wir hier auch Element Classes. Das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise Button. Kann ich aus- und anmachen. Ich kann hier auch neue hinzufügen. Nutze ich persönlich weniger. Meistens füge ich die einfach hier in den HTML-Bereich ein. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Wir können auch hier noch in Klammern einfach weitere Klassen hinzufügen, wie ihr gerade seht. Beziehungsweise jetzt habe ich gerade IDs hinzugefügt. Und damit kann man eine ganze Menge anstellen. Ich lade das mal wieder alles neu und gehe hier mal auf Computed. Hier auf Computed ist nochmal dieses Fenster, was ich unten schon mal gezeigt habe. Das heißt, wir sehen hier wieder die Größen. Außerdem sehen wir hier unten alle CSS-Attribute, die ihr irgendwie auf diesen Button wirken lassen könnt. Also jede Menge Border-Geschichten, jede Menge Font-Geschichten, jede Menge Margin-Padding und so weiter. Und ihr könnt hier einfach alles Mögliche ausprobieren. Ihr könnt das hier reinschreiben. Ihr könnt das hier ganz gezielt auch bearbeiten und so weiter. Was heißt, hier wird einfach nochmal ganz gezielt aufgezeigt, was alles computed wird. Ist nicht so ganz zu entscheiden. Ich finde diesen Tab hier oben viel interessanter als das hier. Was cool ist, ist Event Listeners. Das ist im Prinzip, wird hier aufgezählt, alle Event Listener, die auf dieses Objekt laufen. Das heißt, wir haben hier beispielsweise unser Klick. Wir haben hier zum Beispiel auch in JavaScript wird gerade gesagt, wir haben hier ein Event Listener, den habe ich in JavaScript geschrieben. Der, wenn ich drauf glücke, ja die Klasse hinzufügt. Der wird hier aufgelistet. Dasselbe gilt hier auch für beispielsweise Change. Das gilt für KeyUp und so weiter. Das heißt, hier werden alle Event Listener aufgezählt, die in irgendeinem Moment auf dieses Objekt laufen. Einmal die Standard Event Listener vom Browser und natürlich, wie zum Beispiel hier unten, über die ID Button wird der Klick darauf gehört. Auch so Custom Sachen, die aus meiner JavaScript Datei kommen. Dann gibt es DOM Break Points. Nicht so entscheidend lasse ich in diesem Video mal raus. Ist nicht ganz so wichtig. Was ich sehr interessant finde, ist einmal Properties. Properties ist einfach im Prinzip alles, was wir hier haben an HTML-Attributen, die wir hier legen können. Zum Beispiel hier diese ganzen Area-Geschichten. Wir haben hier aber auch die ganzen Geschichten wie beispielsweise ClientHeight, ClientLeft. Das sind alles JavaScript-Attribute, die wir auslesen können. Das heißt, wenn ihr dieses Objekt als JavaScript-Attribut habt, also hier zum Beispiel dieses auslesen könnt, in dem Moment können wir mit dem Element Properties Tab, könnt ihr hier reingehen und sagen, hey, ich würde jetzt gerne ClientHeight auslesen. Und dann würdet ihr diese 38 als Key-Value bekommen oder die Weite mit 120. Oder ihr könntet auslesen, woher dieses Objekt gerade kommt, welche Attribute es hat. Beispielsweise hier Area-Label, Class und ID. Also es gibt drei Attribute. Ihr könnt hier Attribute-Style-Map zum Beispiel sehen. Habe ich jetzt gerade keinen, hier ist kein Style drauf. Was heißt, dieser Tab finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Ihr könnt hier auch in HTML, in der Text auslesen lassen. In HTML ist halt, wenn hier beispielsweise ein Span mit drin wäre, wäre der hier mitzusehen. In dem Inner-Text wäre er beispielsweise raus. Hier wäre wirklich nur der Text drin. Und das Ganze ist ziemlich cool. Also hier könnt ihr eine ganze Menge angucken und einfach mal nachvollziehen, was es alles gibt. Ihr seht hier, dass auch ganz viel einfach leer ist. Das sind halt alle Tabs, die einfach keine Attribute gerade besitzen. Wir können auch hier Auto-HTML. Was heißt, ihr könnt hier euren Button einfach anzeigen lassen. Und das Ganze ist ziemlich cool. Ansonsten gibt es hier am Ende noch den Accessibility-Tab. Der ist vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. Und zwar, wenn ihr irgendwas mit Area-Tags beziehungsweise halt mit Accessibility, also für Blinde, für Farb, ja irgendwie Menschen, die halt eine Rot-Grün-Schwäche haben oder gar keine Farben sehen können oder nur sehr schlecht sehen können oder halt wie gesagt für blinde Menschen, aber auch beispielsweise für Menschen, die nicht hören können. Wenn ihr beispielsweise so etwas habt wie YouTube, einen Videodienst oder so etwas in der Richtung, dann könnt ihr mit Area-Tags eine ganze Menge anstellen. Was heißt, hier wird im Prinzip einfach nur gezeigt, was ihr an Area-Tags habt und was die so alles darstellen. Und ihr könnt hier einfach das Ganze kontrollieren. Was heißt, ihr könnt sehen, okay, wir haben hier ein Area-Label, der sagt Button, Beispiel Button. Und ihr könnt natürlich hier euch komplett austoben und noch viel mehr hinzufügen. Wir sehen hier auch die Standard-Geschichten, wie beispielsweise Roll Button. Wir sehen hier Focusable True, Focus True. Was heißt, ich habe den gerade gefokust. Das Ganze könnt ihr hier halt wunderbar darstellen. Grundsätzlich ist das der HTML- bzw. Element-Tab in Google Chrome DevTools. Das Ganze ist ziemlich cool, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr, sehr mächtig. Vor allem zum Debuggen als Frontend-Developer. Und schreibt doch einfach mal in die Videokommentare, welchen dieser Tabs ihr noch gerne betrachten bzw. mal erklärt haben möchtet. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr in die Videokommentare schreibt, ob ihr gemerkt habt, dass ich ein neues Mikrofon nutze. Und ich würde gerne einfach mal wissen, ob ihr der Meinung seid, dass sich das Ganze gelohnt hat, ob die Audioqualität besser oder gleich geblieben ist. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Discord, Twitter, Facebook, Instagram. Sagt Hallo. Und ansonsten, wenn ihr diese Channel unterstützen wollt, könnt ihr auf den Abo-Button drücken oder einfach auf den Membership bzw. auf einen der Affiliate-Links, falls ihr diesen Channel etwas supporten wollt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.